Unter den Demonstranten, die die Corona-Politik von Bund und Land kritisieren, befinden sich auch Ärzte. Die Landesärztekammer mahnt zur Sachlichkeit in der Diskussion um die von Bund und Länder beschlossenen Schutzvorkehrungen. Dem Kammer-Vizepräsidenten Wilfried Schiemannke zufolge haben Ärzte eine besondere Verantwortung durch die Stellung in der Gesellschaft und dem Gewicht ihrer Urteile. Insbesondere die Wirksamkeit der Maskenpflicht wird von einigen Ärzten kritisch hinterfragt. Andere stellen die Gefahr der Corona-Pandemie grundsätzlich in Frage und organisieren Proteste gegen die Maßnahmen in der Landeshauptstadt. Der Kammer-Vizepräsident hält den Anteil der Corona-Kritiker unter den Medizinern für sehr gering.